Wir wurden Entdecker, Abenteurer und hauptsächlich Diebe. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren, du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber... das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du... ...hergekommen? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen, Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey Kumpel, schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße, weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcasa... Das war alles Blödsinn. Na warte, du meinst... ...die Schulden, die... ...die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werd dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hört zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... ...dank, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devil. Die Heimat der Gründer von Libertal. Und dort und Rafe, dann reden. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Yeah, endlich wieder mein alter Partner. Sieh mal. Ja. Da oben. Ich hab mir den Wagen von Schorlein gemacht. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, hier. Aha, dein Bruder, der ungefähr 30 Kilo, 40 Kilo, 40 Kilo mehr wiegt, den schmeißt du so hoch. Aber bei ihr hast Probleme? Bei dem Fliegengewicht? Sexismus! Was? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles geholfen. Ich wollte vor allem dich. Klar. Ja. Eleanor, mein Täubchen. Meine Liebe. Ja. Mein Frau, ich bin für alles. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Man, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Hat der bestimmten Inselfluss aufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Hm. Ha. Was? Du solltest hochklettern wieder. Ja. Ja. Jaaa Mhm, Jäge Schnucke? Schnucki? Wow Oh Oh Sieht ganz danach aus Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt Damit hat er bestimmt nachschutzlos aufwärts gebracht Ah, gut Keenau Hmm Okay Wie komme ich jetzt da rüber? Nein, diesmal springen wir nicht da runter Okay Gucken Hm Gut, gut Hm No Ah, ah, ah Okay Okay Da vielleicht Ach, da oben Ah Dankeschön Liebchen Und hopp Ach, was wäre ich noch ohne dich? Da ist dein Auto Wir müssen nur da hoch Tja, was meinst du? Wo lang? Da sehen wir uns um Ähm Okay Wenn es so einfach ist Ah, warte, ich hab doch hier was gesehen Hä Moment Ah Ja Ja Es muss hier doch etwas geben Moment Gibt's doch bestimmt wieder Wirklich? Den jetzt? Wirklich? Ah Ah Da Und hopp Zupa Zupa Bringt mir hier unten nicht viel Da drüben ist ein Durchgang Schau mal, ob du was brauchbares findest Ja Findest du was? Woah Danke Ah, komm schon Okay 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 Äh, noch zu wenig Ah, dass sie immer so Kisten hatten Rein zufällig So 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 Da hin So Und weiter Genau Woah Ah Ja Okay Wupp Yep Ja 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 Verstanden Ähm Ah Je So So Hier drüben Nate Kommst du da irgendwie raus? Scheint da der Sackgasse zu sein Hm Vielleicht läuft der Aufzug noch Glaub ich kaum Er ist 300 Jahre alt Die Wetterkorrosion Meinem Erweis auf der jemand Funktioniert Lass Frau machen Frau checkt schon ab Nachtruhe Wow, wow, wow. Genau, aber ich hab den Weg gesehen. Und hab. Komm, hier ist ja bestimmt ein Schatz dran, oder? Oder? Alter. Und hoppidi hoppidi hoppidi. Tup, tup. Oh. Oh. Sie hat's noch drauf. Bats. Bats. Weiter oben können wir's leichter finden. Ja, gute Idee. Ja, etwas weiter oben. Weiß ich, muss doch da hin? Hm. Das sehen sollen, was Herr Schottland gebaut hat. Ich meine, da war ein... Moment. Du warst auch in Schottland? Ja, ich meine, der letzte Ort, an dem Avery... Entspann dich. Sully hat's mir erzählt. Ach, gut. Was? Noch mehr quatschen? Wenigstens also, wenigstens hab ich nicht gelogen. Ähm... Da, Weg. Oha. Da, Weg. So kommt man doch leicht hoch. Äh, da lang. Okay, wo ist das noch? Ach, der Sniper ist direkt da. Alter, ziel nicht auf mich. Okay. Action. Okay, sobald ich jetzt hier runterspringe, rutsche ich da runter. Definitiv. Also, wie mach ich das? Der Sniper, der ist mir am meisten auf dem Weg. Im Weg. Okay. Gut. Gut. Ich muss also von unten nach oben aufräumen. Oder ich jump darüber, ja. Ich jump darüber. Wenn der mich jetzt nicht sehen würde. Ich muss den Sniper ausschalten. So. Komm her. Ach, du sollst doch herkommen. Was? Der hätte mich beinahe gesehen. Wo? Sauber, Schätzchen. Wow. Wow. Okay, den schalte ich noch aus. Oh, Kacke. Du gehörst mir. Ja. Wow. Wow. Wie, das war... Achso, nee, ja. Passt doch. Ah, komm, das muss sein. Okay, good. Let's drive, baby.